Die Aktersitzung des Politbüros des Zentralkomites der Partei der Arbeit Koreas in der Aktenwahlperiode wurde am 12. Mai im Hauptgebäude des Zetka der Partei einberufen. Der Generalsekretär der Partei der Arbeit Koreas, Kim Jong-un, nahm daran teil. Zugegen waren dabei auch die Mitglieder des Präsidiums des Politbüros, die Mitglieder und Kandidaten des Politbüros des Zetka der Partei der Arbeit Koreas. Präsent waren als Zuhörer die Mitarbeiter des Bereiches für staatliche außerordentliche Prophylaxe und einige führende Kader des Ministeriums für nationale Verteidigung. Kim Jong-un leitete die Versammlung. Das Politbüro behandelte zuerst die Frage über die Einberufung der Plenertagung des Zetka der Partei. Auf der Versammlung wurde ein Beschluss des Politbüros des Zetka der Partei der Arbeit Koreas darüber einstimmig verabschiedet, Anfang Juni die 5. Plenertagung des Zetka der Partei in der Aktenwahlperiode einzuberufen, um eine Zwischenbilanz zu der laufenden Erfüllung der parteilichen und staatlichen Politiken für das Jahr 2022 zu ziehen und einige wichtige Fragen zu diskutieren und zu beschließen. Das Politbüro diskutierte dann die Frage darüber, gegen die prophylaktische Krise im Land vorzugehen. Das Politbüro gab Folgendes zu. An unserer Front für außerordentliche Prophylaxe, die vom Februar 2020 bis heute zwei Jahre und drei Monate standhaft verteidigt wurde, entstand ein Loch, was der schwerwiegendste staatliche Notfall bedeutet. Die staatliche außerordentliche Vorbeugungskommandantur und die zuständigen Institutionen untersuchten die Ergebnisse der strengen Analyse der Genanorderung der Analyten von den fieberkranken Menschen einer Organisation in der Hauptstadt vom 8. Mai und gab zu der Schlussfolgerung, dass sie mit dem sich gegenwärtig weltweit ausweitenden variierten Omikron-Virus PH2 identisch sind. Auf der Versammlung wurde die Verbreitung im Landesmaßstab mitgeteilt und wurden die Notmaßnahmen dafür besprochen, demnächst im prophylaktischen Kampf eine strategische Initiative in den Griff zu bekommen. Das Politbüro erkannte die Notwendigkeit an, angesichts der entstandenen gegenwärtigen Situation, das staatliche Vorbeugungssystem in das höchste außerordentliche Vorbeugungssystem zu verwandeln. Betont wurden die allgemeinen Schritte dafür, dass die Partei, die Administrations- und Wirtschaftsorgane aller Ebenen, die Bereiche für Sicherheit, Schutz und Landesverteidigung sowie alle Institutionen und Bereiche entsprechend dem höchst außerordentlichen Vorbeugungssystem, die Arbeitsordnungen richtig herstellen, damit die staatlichen Arbeiten reibungslos durchgeführt werden können. Auf der Versammlung wurde der Beschluss des Politbüros des SEDGA der PDRK angenommen, gemäß der entstandenen Vorbeugungskrise die staatliche Vorbeugungsangelegenheit in das höchste außerordentliche Prophylaxe-System zu verwandeln. Zum Schluss der Versammlung legte der Generalsekretär Kim Sungun das Prinzip bei der prophylaktischen Arbeit und die Aufgaben vor. Er resümiute die gegenwärtige Vorbeugungskrise-Situation im Land und sagte, dass das Hauptziel des höchsten außerordentlichen Vorbeugungssystems darin bestehe, die Verbreitung des in die Republik eingedrungenen neuen Coronavirus mit Sicherheit zu hemmen und zu kontrollieren, die Infizierten schnellst zu behandeln und so die Quelle der Verbreitung in kürzester Zeit zu beseitigen. Der Feind, der für uns gefährlicher als das bösartige Virus ist, so fuhr er ja fort, sind die unwissenschaftliche Angst und der Mangel an Überzeugung und Willen. Wir haben die starke organisatorische Kraft der zusammengeschlossenen Partei, Regierung und Bevölkerung und die hohe politische Bereitschaft aller Bürger und ihr hohes Selbstbewusstsein, die während des langwierigen außerordentlichen Vorbeugungskampfes gebildet und gefestigt wurden. Daher können wir alle unerwarteten Vorfälle unbedingt überwinden und in der außerordentlichen Prophylaxe triumphieren. Alle Städte und Kreise des Staates müssen ihre Regionen konsequent blockieren, geteilt in die Einheiten der Arbeit, der Produktion und des Lebens, verschlossen, Arbeit und Produktion organisieren und so die Verbreitungsräume des bösartigen Virus lückenlos absperren. Kim Jong-un betonte die Notwendigkeit dafür, wissenschaftliche und intensive Untersuchungen und medizinische Behandlungskämpfe dringend zu organisieren und zu entfalten und bemerkte, dass sich die Partei und Regierung entschlossen hätten, die Vorräte an Medikamenten einzusetzen, die für solchen Notfall angelegt wurden, sind. Das Gesundheitswesen und der Bereich für außerordentliche Prophylaxe sollten die intensiven Krankheitsuntersuchungen für alle Bürger streng unternehmen, die Maßnahmen für medizinische Überwachung und aktive Behandlung treffen, alle Räume der Arbeit und des Lebens bis in die Ecken verstärkt sterilisieren und somit die Quelle der Verbreitung der bösartigen Infektionskrankheit absperren und beseitigen. Auch wenn die gegenwärtige prophylaktische Situation hart ist, so Frau Kim Jong-un fort, kann sie unseren Fortschritt zur allseitigen Entwicklung des sozialistischen Aufbaus nicht stoppen und man darf auf keinen Fall die geplante wirtschaftliche Arbeit versäumen. Das Kabinett, die staatlichen Wirtschaftsleitungsorgane und die entsprechenden Institutionen müssen gemäß dem Übergang des staatlichen Verbeugungssystems in das höchste außerordentliche Verbeugungssystem, die wirtschaftlichen Arbeiten lückenlos organisieren, leiten und kombinieren, die aktuellen landwirtschaftlichen Arbeiten und die Produktion in den wichtigen Industriebereichen und Fabriken und Betrieben maximal beschleunigen und die von der Partei gewünschten Arbeiten für das Volk wie den Bau der 10.000 Wohnungen im Gebiet Fassung und der Gewächshausfarm Dönpo innerhalb von der festgesetzten Zeit einwandfrei beenden. Die Partei und Marktorgane müssen die Unbequemlichkeiten und Leiden, die das Volk unter der harten Blockade hinnehmen werden, minimalisieren, das Leben stabilisieren und konsequente Maßnahmen dafür ergreifen, dass keine negative Erscheinung zum Vorschein kommt. Kim Jong-un wiss ihn, die frohste Front für die nationale Verteidigung weiter zu festigen und den Sieg im prophylaktischen Kampf mit Streitmarkt zu garantieren. Er hob mit Nachdruck hervor, dass man den Wachdienst an Front und Grenze auf dem Meer und in der Luft verstärken und alles unternehmen muss, damit in der Landesverteidigung keine Lücke entsteht. Die Politik unserer Partei und unseres Staates für die Bevorzugung der Volksmassen, die alle Briefungen der Geschichte überwunden und ihre große Lebenskraft an den Tag gelegt hat, und die Kraft unseres zusammengeschlossenen Volkes, ist die mästigste Garantie für den Sieg im prophylaktischen Kampf. Alle Parteiorganisationen und Marktorgane müssen im heutigen Verbeugungskampf für den Schutz des Lebens und der Sicherheit des Volkes ihre Treue zur Partei und Revolution, ihre Opferbereitschaft für das Volk und ihre Verantwortung für eigene Mission unter Beweis stellen. Kim Jong-un rief alle Bürger und die Volksarmisten herzlich dazu auf, mit starkem Mut und größerer Kraft den prophylaktischen Kampf siegreich zu beenden und dadurch mit eigener Überzeugung, eigenem Willen und eigenem Zusammenschluss, eigenes wertvolles Leben und eigene Zukunft zu schützen. Das Politbüro der ZK der Partei der Arbeit Koreas billigte die Notanweisungen der Zentralen Militärkommission der Partei und des Kabinetts und ließ sie erteilen.